Somit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play they're running for a little bit damit so Hallo, hallo, hallo. Wir spielen jetzt diesmal U-Bahn zur Hölle. Mal wieder nochmal, aber diesmal auf Normal. Also ohne Vierfach-Multiplikator und auf Meisterschütze. Mal gucken, ob was diesmal gebacken kriegen. Dö. Ups. Ich hab noch schnell ein privates Spiel reingemacht. Dämonik-Force ist eine Barriere in uns, so ein Blablablabla. Die Tane ging auch mal unter, ja, wir wissen es. Ach, da steht Spielstab. Synchronisation. Daniel, der Lappen brauchte wieder länger. Ding, 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 ding. So, wo seh ich sexy aus, ey. Gloobst du selber nicht. Wär sie ja. Kick moving, kick moving. Dreh dich mal um, ich schubst dich die Klippe runter, ey. Das ist ja kein Pfeil, ey, sag mal nicht. Bäm. Bäm. Boah. Meisterlicher Schütze. Oder wo nicht. Bäm. Schöne Dinge. Gehen. Ich hab's noch beide daneben geschossen, ne? Na, schon wieder. Hä? So, jetzt auch. Nachladen. Ja, fall nicht rum, ey. Ja, ja. Rammel, zammel, zammel, die, du, die. Ja, nehmt eine Schüppel weg, ey. Und wie viel Schuss hält's noch aus? Ja. 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 Ja, 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 ja Rattat die Bums schicke skiletti soll er sich mal den kopf gehen lassen munition wenn ich schlecht langsam mal wieder ich gehe mal mit hier rein damit diese blöde Ansage kommt die die schöne Musik die anderen tötig als geile Munition sparen so was machen wir nun landen ihn erstmal denn da unten hin ja Stolpermine oder warte mal zumindest hier hinten dann kann man ihn noch zurückholen darf ich nur Munition nehmen ach ach doch schon gut ich dachte es wird geteilt Granat das war nicht beabsichtigt heidewitzgei warte ich komme ich komme ich komme ich komme äh ich glaube das hat sich jetzt eh lol alter Falter da war das auf Hardcore ja grad schon leichter ja meine Damen und Herren ich würde sagen ne das war unsere kürzeste Aufnahme bis jetzt ne ja aber da wollt ihr ja sehen wie wir auf dem Sack kriegen und fällen ständig für euch somit vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss jo tschüssi jo tschüssi denn ich immer j m im o